1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Hallo ihr Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian. Herzlich willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was haben wir heute? Heute ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das heißt freie Themennacht. Das heißt freie Themenauswahl. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldt mir unter domian.wdr.de Wir haben keine Einblendung, sehe ich gerade. Ah, da ist sie. Ich sehe sie. Von unserer Telefonnummer 0800 220 50 50 Steffi ist meine erste Anruferin. Steffi ist 24. Hallo. Hallo Domian. Hallo Steffi. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, also es geht darum, ich bin seit zwei Jahren verheiratet. Ja. Und ich möchte ganz gerne mit meinem Mann Sex mit einer zweiten Frau. Ja. Will dein Mann das auch? Ja. Dann ist doch alles schon in Butter, oder? Ja. Nur das Problem ist, wir, ja, mit Freunden wollen wir es nicht machen. Weil, ich sag mal, Freundschaft ist uns wichtiger, weil wir haben dann Angst, dass durch eine intime Beziehung... Könnte Komplikationen geben. Genau. Muss nicht, aber die Gefahr besteht. Genau. Und, ähm... Erklär mir da erstmal vorab, warum ihr beide zwei Jahre verheiratet? Ja, weil wir wollen einfach, ähm, aus... viele Sachen ausprobieren. Wir sind neugierig. Ihr seid zwei Jahre verheiratet, und wie lange seid ihr überhaupt schon zusammen? Auch zwei Jahre. Auch zwei Jahre. Wie? Direkt kennengelernt und geheiratet? Ja, also wir sind, ähm, zusammengekommen im April. Ja. Und im August haben wir geheiratet. Na, das ist ja ein Ding. Ja. Wie ist denn das zu erklären? Wer heiratet denn so schnell? Ja, war... Es hat einfach gepasst. Dann habt ihr gesagt, jetzt müssen wir auch heiraten. Ja. Das sollen wir jetzt noch lange rumfummeln und rumprobieren. Jetzt wird geheiratet. Punkt. So ungefähr. So. Und nach zwei, zwei Jahren rumfummeln, habt ihr gedacht, jetzt müssen wir was anders haben. Ja, das ist schon länger unser Thema. Ja. Und nur, wir geraten an die falschen Leute. Also wir haben Annoncen geschaltet, und es haben sich immer nur Männer gemeldet. Lass mich nochmal fragen. Liegt es schon daran, dass ihr euch so nicht mehr genügt? Doch. Das schon, es sollte nur noch eine Bereicherung sein, oder? Also Spaß ist da, auf jeden Fall. Auch alleine? Auch alleine. Auf jeden Fall. Ja. Also täglich. Und es ist halt nur so, wir möchten einfach was Neues ausprobieren. Und es kann auch sein, also ich glaube, dass ich halt auch eine leichte Bieneigung habe. Aber noch nicht ausprobiert, nicht gelebt. Ähm, mal ganz kurz. Was heißt das? Ja, das war mal so ein, ja, ein bisschen rumknutschen und so. Mit einer Freundin, Frau. Ja. Nur ein bisschen geknutscht. Ja. So, und wie gesagt, und da habe ich dann, und wir sind beide dann, haben uns unterhalten über dieses Thema halt, und sind dann halt, haben dann halt gesagt, hör mal, wie sieht's aus? Wollen wir. Ja. So, aber wie du jetzt gerade schon versucht hast zu erklären gerade, ihr findet keine Frau. Richtig, das ist das Problem. Ihr annonciert und es melden sich nur Typen. Ja, die schicken dann aber allerdings dann auch Bilder von Frauen. Ja, wie, und dann steht ein Typ vor der Tür, oder was? Ja, wenn, wenn's dann, wenn's dann wirklich, ähm, hart auf Haar kommt, was heißt treffen oder sich kennenlernen, dann, äh, ne, tut mir leid, ich bin Mann. Ach, ehrlich, so Fake reinlaufen, ja? Ja, natürlich. Das wäre krass. Es hat sich, also, ja, wo annonciert ihr? In, in Erotikmagazinen oder ganz seriösen Zeitungen, oder wie? Also, wir haben jetzt, ähm, die Coupé, da haben wir annonciert gehabt, da, ähm, erstens mal ist, also, in der Coupé ist die Anzeige gar nicht erschienen, und dann in der Praline. Ja, ja, okay, das sind ja schon so, eher Fachzeitungen, ne? Und es hat sich keine einzige Frau drauf gemeldet? Ja, es waren aber Männer in dem Sinne. Ja, ja, gut, ja, ja, ja. Gar nicht. Ach. Äh, wie, wie, wie wäre es denn dann, wenn ihr, äh, das nicht über eine Annonce macht, sondern, äh, vielleicht in einen Club gehen würdet? Wie wäre es damit? Ja, da haben wir uns auch schon erkundigt. Und zwar, ähm, dann, ähm, ich weiß nicht, dann, dann sind halt auch viele Männer, also, in den Clubs sind wenig einzelne Frauen. Ja, ich bin da nicht so bewandert, wie das da so zugeht, aber was man, was man mir hier so erzählt hat, klang immer so ganz interessant, wo ich so dachte, na, okay, wenn man, wenn man irgendwie in dieser Richtung interessiert ist, könnte man das ja mal ausprobieren. Ja, wir haben da auch schon angerufen, und, ähm, aber da sind eigentlich mehr Männer wie, wie einzelne Frauen. Sonst geht doch einfach mal hin. Gut, ihr müsst Eintritt zahlen, das kostet dann was, und, aber man muss ja nichts machen. Man kann ja erst mal gucken, wie so die Atmosphäre da ist. Ja, ja, klar. Ich kann euch ja auch kein nettes Mädel jetzt daher zaubern. Nee, das ist klar, das ist klar. Aber es wundert mich wirklich, das, naja, ist schon schwierig. Aber vielleicht sollte ich auch über, über, über das Internet gehen, das schon ausprobiert. Wir haben kein Internet. Ihr habt kein Internet, ja. Das ist das Problem, ja. Also bleibt ja nur die Zeitung übrig, äh, ja, sonst fällt mir da auf. Weil ich sag, man kann ja nicht einfach so eben auf die Straße gehen und sagen, hey, hör mal du, ähm, weiß ich nicht. Du bist ziemlich scharf, dich würden wir gerne einladen heute zu uns. Ne, nach dem Motto, kann man nicht machen. Ja. Kann man nicht machen. Nee, das geht nicht. Bei Aldi an der Kasse, nach dem Motto, hm, nicht schlecht. Ja, und da hab ich mir halt gedacht, ich sag, ich ruf mal beim Domian ab, vielleicht kann der mir irgendwie... Nein, wir machen keine Kontaktbörse, ne, ist dir klar. Nee, das ist mir klar, aber irgendwie mal so, keine Ahnung. Also, ich finde, wenn ihr beide da irgendwie experimentierfreudig seid, und das seid ihr ja, äh, würde ich das mal testen mit so einem Club. Ja. Äh, auf jeden Fall. Äh, ihr könnt immer noch gehen, wenn es euch nicht gefällt, oder ihr könnt ja vielleicht ein paar verschiedene mal ausprobieren. Vielleicht lernt man da auch wiederum Leute kennen, die einem wieder neue Informationen geben können. Da muss man sich ja vielleicht auch ein bisschen reinarbeiten in diese Szene. Ja. Äh, wäre so meine spontane Idee. Ja. Vielleicht hat aber ein Zuhörer oder Zuschauer noch eine Idee, und derjenige könnte hier anrufen heute und, äh, mir das erzählen und du hörst noch eine Weile zu. Ja, das ist in Ordnung. Das ist okay. Also, ihr sucht eine, eine, eine junge Frau, ne? Richtig. Im Alter zwischen 20 und 30, sag ich mal. 35. 35. 36, auch noch okay. Ja. Wenn sie sich gut gehalten hat, auch 38. Ja, ist auch. Na gut. Äh, aber keinen Mann. Nee. Mann hast du selbst und dein Mann steht nicht auf Männer, also ist das Thema, äh, kein Thema. Genau. So. Gut. Äh, aber kein Pärchen, ne? Ähm. Eher eine, allein, alleine, eine Frau alleine. Lieber wäre uns eine Sie, ja. Lieber eine Sie. Ja. Also, vielleicht haben unsere, äh, fischigen, äh, Zuschauer und Zuhörer vielleicht noch eine Idee, wie du oder wie ihr an diese entsprechende Partnerin kommen könntet. Ja. Okay? Dann gerne weiterleiten. Wir passen mal auf, genau. Alles Gute, Steffi. Okay, danke dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema diese Woche, ähm, von Donnerstag auf Freitag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt, ich bin anders. Ich möchte mit Menschen sprechen, die das Gefühl haben, nicht der Norm. Zu entsprechen, die sagen, ich habe irgendwie einen Tick, eine Macke, ich lebe anders, ich bin anders, ähm, mein ganzes Leben verläuft irgendwie nicht so, wie das der normalen Menschen, fühle mich aber gut dabei oder fühle mich schlecht dabei. Das ist unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, dann meldet euch schon mal an unter domian.at.wdr.de. Promi-Besuch am Samstag bei mir. Freue ich mich sehr drauf. Dirk Bach kommt. Dirk Bach ist mein prominenter Gast nächste Woche. Samstag um 23.45 Uhr hier im WDR Fernsehen. Wenn ihr Dirk was fragen wollt, könnt ihr euch auch schon melden unter domian.at.wdr.de. René begrüße ich herzlich. René ist 30 Jahre alt. Hallo René. Ja, hallo Domian. Hallo René. Guten Morgen. Ja, ähm. Ja. Dein Thema. Mein Thema, ich lebe im Moment mit einer großen Lebenslüge. Mhm. Und zwar, ähm, ja. Folgendes, ich habe über ein Handy-Chat, ähm, eine, ein ganz nettes Mädel kennengelernt. Wann? Ähm. Und das Problem ist, ähm, sie ist 23. Wann hast du sie kennengelernt? Vor gut, ähm, anderthalb Monaten. Ja. Und so, die Sache ist aber jetzt diese, ähm, ich bin jetzt seit, ähm, gut drei Monaten von, oder seit zwei Monaten, ja, also seit zwei Monaten von meiner Frau getrennt. Mhm. Und, ähm, das weiß sie aber nicht und, ähm, sie weiß auch nicht, dass ich, äh, aus dieser Ehe, ähm, drei Kinder habe und, ähm... Also die Neue, die, die, die Neue, die du, äh, kennengelernt hast, weiß das nicht? Die weiß das nicht, richtig, genau. Ähm, ähm, und, ähm, ich habe mich jetzt eigentlich so ein bisschen in der, in der Einsamkeit, in der ich mich befinde, ähm, so ein bisschen dran geklammert, habe mich in diesen Handy-Chat begeben. Ja. Und habe dann, ähm, auch einen Fehler gemacht, sage ich mal. Weil ich habe also mal ganz normal getextet und mein, mein Alter offenbart, ich bin jetzt 30 geworden und, ähm, habe da also nie so Resonanz gefunden. Ja. Und, ähm, habe es dann irgendwann versucht und habe mich halt etwas jünger ausgegeben, also als 26. Als 30-Jähriger ist man in diesen Chats schon ein, äh, äh, uralt, ne? Äh, uralt, ne? Genau, ja. 26 hast du dich ausgegeben. Für die Teenie-Gemeinde, sage ich mal, die da nicht über den Eben Sinne gesehen hat. Ja, ja, ja. Und, ähm, dann habe ich es, wie gesagt, mal probiert und habe ganz einfach mal so, eigentlich aus Jux und Dallerei, sage ich mal, mich als ein bisschen jünger ausgegeben. Also hier da, ich habe also Massen von Antworten bekommen und habe nun von einem netten Mädel dann auch, ähm, äh, SMS bekommen und wir haben dann fleißig SMS ausgetauscht und das kam dann auch zum Telefonat und hin und her. Auch schon zu einer realen Begegnung? Das kam auch zu einer realen Begegnung, ja. Das heißt, die wohnt auch gar nicht so weit weg von dir? Ähm, sie wohnt, doch, sie wohnt eine Ecke weg von mir, aber, ähm, es kam zu einem Treffen, also ich, äh, komme hier aus dem Raum Hannover und sie aus dem Raum Magdeburg. Oh ja, das ist ein ganzes End, ne? Das ist eine ganze Ecke, richtig, aber, ähm, ja, die Sache ist, also ich habe es ihr nie offenbart, ähm, mein, mein eigentliches Alter oder was dahinter steckt. Das heißt, du siehst auch nicht aus wie 30, du gehst noch gut als Sechsen. Ich sehe überhaupt nicht aus wie 30, nein, also, ähm, ich fühle mich jünger, ich sehe auch viel jünger aus, davon abgesehen und, ähm, ja, die Sache, die Sache ist die, ich habe mich halt so dran geklammert, weil ich sie nun kennengelernt habe und, ähm. Also da ist die, die, die Lüge ist das, dass du, dass du dich vier Jahre jünger machst und die Lüge ist, oder was heißt Lüge, du hast für deine Vergangenheit verschwiegen, sprich zum Beispiel auch, dass du drei Kinder hast. Richtig. Richtig, weil wenn ich es offenbart habe, in diesem Handyschat oder, oder, äh, des Weiteren, sind die Mädels weg, dann, also kam überhaupt nichts rüber und ich, äh, das hat mich immer so ein bisschen niedergemacht. Wie wahnsinnig, ne, in was für einer Zeit leben wir, wo ein 30-Jähriger sich schon vier Jahre jünger machen muss, um auf dem Markt noch Chancen zu haben. Ja. In was für einer Scheißzeit wir leben, ne, wenn man sich das eigentlich vorstellt. Richtig. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. So, jetzt hast du, äh, seit anderthalb Monaten hast du Kontakt mit dem Mädel. Genau. Die ist 23, wenn es denn stimmt, vielleicht ist sie ja auch, äh, erst 17 oder so. Nein, also das stimmt schon, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich wahr, ja. Ich glaube, es wird nirgendwo so viel gelogen, dass sich die Balken biegen wie in Chats und, und solchen, ja, solchen Rooms, ne, wo man miteinander dann sich unterhält. Richtig. Mann, Mann, oh Mann. Ja. Was hält dich denn davon ab zu sagen, äh, jetzt anderthalb Monate, ähm, wenn du ihr gegenüber sitzt, pass mal auf, ist alles ein bisschen schief gelaufen, so und so liegt, äh, ist die Wahrheit, so und so ist es. Was hält dich davon ab? Ja, das Problem ist, ähm, wir haben uns, ähm, ineinander verliebt. Mhm. Und, ähm, sie möchte jetzt gerne mit mir in eine Beziehung eingehen. Ja. So, ähm, und das ist das Problem, mit dem ich im Moment lebe. Ja. Weil ich, ähm, stecke in einer verdammten Zwickmühle und, ähm, ich lebe von Tag zu Tag irgendwo immer mit diesem Gedanken, rufst du sie an, stellst du sie wirklich vor die Wahrheit und sagst, pass auf, ähm, so und so sieht das aus oder lebst du mit dieser Lüge weiter? Nein, auf keinen Fall. Ich meine, jetzt ist doch noch ein ganz guter Zeitpunkt, wo du sagst, sie hat, wir haben uns ineinander verliebt, anderthalb Monate ist ja nun wirklich nicht lang. Das ist ja, da kann man ja gar nicht von einer großen Lüge und Doppelleben reden. Ja. Und so schlimm, also was, was das Alter anbelangt, ist ja, ist ja Pillepu, das ist ja keine große Lüge. Das kann man ja auch so erklären. Wahrscheinlich wird die, wenn die, wenn die sich jetzt nicht verliebt hat, wird die das eh wegwischen. Ein bisschen schwerer wiegt natürlich die andere Geschichte, wenn du sagst, ich habe drei Kinder, ich war verheiratet, äh, äh, da wird sich dann erweisen, ob die junge Frau dich wirklich liebt und sagt, okay, ich liebe dich auch mit deiner Vergangenheit und eben mit deinen Kindern und will die Kinder auch akzeptieren und mich auch mit den Kindern anfreunden. Wie alt sind die Kinder? Kinder sind sechs, drei und, ähm, acht Monate. Ja. Mhm. Nein, also ich finde, das musst du so schnell wie möglich jetzt machen. Jetzt geht es noch. Ich finde, jetzt kannst du eben noch die Kurve kriegen. Also es ist gerade so die Angst, die mir steckt, weil, also ich empfinde mittlerweile auch nur wirklich viel für sie. Ich denke mal, das steckt uns beiden sozusagen. Schon. Aber denk, denk mal die Alternative weiter. Okay, mit dem Alter könntest du noch eine Weile verschweigen, das wäre nicht das Ding. Aber dein, dein Leben zu verleugnen, wenn du mit ihr eine Beziehung eingehst, das geht nicht. Ja, richtig. Du verleugnest dann ja deine Kinder im Prinzip und das geht nicht. Nein, das möchte ich auch auf keinen Fall, aber, ähm, das ist das Problem halt nicht. Also, ähm, diese Angst, die jetzt dahinter steckt, dass sie ganz einfach, ähm, wahnsinnig enttäuscht ist. Ja, wird sie, wird sie sein. Garantiert, ja. Wäre ich auch, wenn ich in ihrer Situation wäre. Aber, wenn, wenn da wirklich Gefühle, große Gefühle im Spiel sind, garantiere ich dir, dass sie das, dass sie dir das verzeiht. Ja. So dramatisch ist diese Lüge noch nicht gewesen. Es ist zwar ein bisschen schief alles gelaufen und schön auch nicht schön gelaufen, klar. Aber wenn, aber wenn du es jetzt versuchst, gut zu machen und ich finde, daran kannst du auch sehen, ob das ein guter Typ ist, die Frau. Vielleicht haut die auf den Tisch, ist richtig sauer ein paar, ein paar Tage oder ein paar Wochen, äh, ein paar Tage hoffentlich nur und sagt dann, okay, komm, jetzt machen wir das Beste aus. Ja. Ich würde es dir wünschen, aber ich, garantieren kann ich es nicht. Ich weiß nicht, wer kann das garantieren? Also, ich kann keine garantieren. Das ist wohl wahr, ja. Aber je länger du wartest, desto größer wird der Berg, vor dem du stehst, umso schwieriger ist es. Ja. Morgen anrufen. Oder dich am Wochenende treffen, ich weiß nicht, wie ihr jetzt miteinander verkehrt. Wir wollten uns eigentlich jetzt Freitag wieder treffen miteinander, ja. Gut, dann ist Freitag der Tag der Offenbarung. Das finde ich wohl auch, ja. Ja, und dann geht es entweder weiter und du bist glücklich oder du, ja, du hast eine schwere Zeit vor dir. Tja. Aber auch das wirst du dann auch noch überwinden, weil anderthalb Monate ist auch noch nicht die Welt. Nein, das ist nicht die Welt, das ist richtig, ja. Lieber René, drücke ich dir mal die Daumen. Denke Freitag an dich. Ja. Ich danke dir. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800-220-5050, meine Telefonnummer und meine Faxnummer. Ne, nicht Faxnummer, die E-Mail-Adresse, wenn ihr E-Mailen wollt, domian-at-wdr-de. Miriam, 25 Jahre alt, hallo Miriam. Hallo. Hallo. Miriam, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht es bei dir? Ja, also ich finde es ein bisschen kompliziert und zwar bin ich seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen, von meiner Seite her stimmt es halt nicht mehr so, von seiner Seite ist alles brillant. Was stimmt denn von deiner Seite aus nicht mehr so? Also es sind ein paar Sachen vorgefallen, dass wir uns halt laufend gezofft haben, das hat mich zum Beispiel sehr heftig, massiv angeschrien am Telefon, das war halt bei mir der Auslöser, wo ich gedacht habe, das muss man überlegen, das kann ja nicht sein, man lässt sich ja nicht einfach so anschreien. Warum hat er dich angeschrieben, was war das? Das war eigentlich nur eine Banalität und zwar ging es irgendwie Silvester, wie wir das feiern mit Freunden und so und ich wohne halt in Köln und habe dann halt gesagt, ja meine Wohnung ist zu klein, um irgendwie hier fünf Leute unterzubringen und dann ist er halt ausgerastet und hat mich halt angeschrien, dass er das niemals behauptet hätte und er wurde dann halt ziemlich ausfallen und hat halt rumgeschrien und dann habe ich mir halt gedacht, ja Moment, das ist ja auch nicht so, das Gelbe vom Ei und das war dann halt bei mir der auslösende Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt musst du mal überlegen. Und solche Sachen kamen schon öfters mal vor? Solche Sachen kamen schon super häufig vor und ich habe halt dieses Jahr, es ist mir auch aufgefallen, dass ich irgendwie ganz oft gedacht habe oder auch ihm gesagt habe, ich nehme, also er hat einen Schlüssel zu meiner Wohnung, mein Schlüssel, meine Wohnung, du raus. Also ganz konkret, also ich habe es ihm auch schon gesagt, aber irgendwie hat sich das dann immer wieder eingerenkt. Wie ist denn, du sagst, er empfindet die Beziehung als brillant, das ist ja schon verrückt, wenn doch immer wieder so Zoffereien da sind, wenn der eine das als brillant empfindet. Ja, also für ihn ist das halt alles total toll, also ich habe ihn damit konfrontiert und habe gesagt, so und so, ich finde, das geht halt so nicht weiter, so wie du mich behandelst teilweise und auch, das ist nicht gut, was du halt machst. Aber das wischt ja irgendwie weg. Ja, er war vor den Kopf gestoßen, er hat es überhaupt gar nicht begriffen. Achso, achso. Ja, für ihn ist es brillant, du bist ja deiner Sache nicht mehr so sicher, sagst du. Kannst du das noch konkretisieren, was empfindest du denn für ihn? Ich kann ihm nicht gegenüberstehen und ihm in die Augen sehen und sagen, dass ich ihn liebe. Das geht schon nicht mehr. Das ist schlimm. Das heißt im Klartext, dass du ihn nicht mehr liebst. Ja, das weiß ich. Das Problem, was ich so mit mir rumtrage, ist, dass ich sehr große Schwierigkeiten habe, mit ihm Schluss zu machen. Warum? Weil er hat ein schwieriges Elternhaus, also seine Mama ist depressiv, sein Vater ist Alkoholiker. Seine Eltern sind eigentlich geschieden, aber leben noch zusammen in einem Haus. Lebt er bei seinen Eltern? Er lebt bei seinen Eltern. Wie alt ist er? 23. 23. Heißt das, dass du, ich überspitze es vielleicht erstmal in der Formulierung, dass du das Mitleid noch mit ihm zusammen bist? Das hat eine Freundin von mir auch gesagt. In dem Moment, wo sie es gesagt hat, habe ich das heulende Elend gekriegt. Nach dem Motto, da ist was dran. Ja. Und das ist, weil ich halt auch jetzt von ihm mitbekommen habe, dass wenn ich mit ihm Schluss mache, dass er in ein richtig tiefes Loch fällt. Du hast das mitbekommen, inwiefern? Ja, wir haben uns halt unterhalten und dann habe ich halt so aufgenommen, dass ich halt irgendwie seinen einzigen Halt bilde. Aber was ist denn das für ein Typ? Du bist ihm so wichtig und er behandelt dich so. Ja. Verstehst du das? Nee, das ist auch das, was ich immer sage. Also es läuft immer, sage ich jetzt mal eine gewisse Zeit, ein, zwei Monate gut. Ja. Und dann gibt es halt wie so einen Knick. Ja. Und dann läuft es absolut scheiße. Ja. Dann rede ich mit ihm darüber, dann läuft es wieder gut und dann läuft es wieder scheiße. Das heißt, für einen gewissen Moment sieht er das ein und kapiert es und dann aber vergisst er es wieder und die Pferde gehen mit ihm durch und er verhält sich wieder wie vorher. Ja. Drei Jahre zusammen, sagst du. Ja. War das so in der allerersten Zeit, zeichnete sich das da auch schon ab? Nee. Nee, da war es ganz toll. Nee, es war, ja. Ja, kann man so sagen. Aber jetzt ist die Liebe weg. Ja, meinerseits schon. Obwohl ich, also, ich meine, es sind ja drei Jahre. Und ich denke, man wirft ja drei Jahre nicht einfach so weg. Nee, wenn man drei Jahre zusammen war, sind da schon auch immer noch Gefühle da und man hat gemeinsame Erlebnisse, Erinnerungen und so etwas. Aber du hast gerade zwei ganz wahnsinnig wichtige Sachen gesagt. Du hast gesagt, ich kann dem nicht in die Augen schauen und sagen, ich liebe dich. Das heißt, du liebst ihn nicht mehr und du hast was ganz Wahnsinniges letztendlich zugegeben, dass du aus Mitleid mit ihm zusammen bist. Das ist mit die übelste Grundlage für eine Beziehung. Ja. Das heißt, es bleibt dir gar nicht so anders übrig, als zu sagen, ich will nicht mehr, ich gehe. Ja, naja, er müsste ich zu ihm sagen, dass er gehen muss. Ja, okay, wie immer du das ausdrückst, dass ihr euch trennt. Ja. Dass das dann für denjenigen, der verlassen wird, immer ganz schlimm ist, das ist so. Aber da kann man ja nicht, das ist eben die Härte des Lebens, um es mal ganz pathetisch auszudrücken, so ist es halt. Ja, zumal ich dann irgendwie auch denke, also er hat mich kennengelernt, da war ich magersüchtig und er hat mir halt geholfen, da halt rauszukommen. Und zumal ich dann auch wieder denke, dass ich ihm was schuldig bin auf der einen Seite. Ja. Dass ich dann denke, jetzt hat er mir aus so einer beschissenen Situation geholfen, so nach dem Motto, jetzt warte mal ab. Schon, schon, du sollst dich ja ihm auch weiterhin gegenüber korrekt verhalten, du kannst ihm ja auch, wenn er dazu fähig ist und bereit ist, eine Freundschaft anbieten. Aber wenn die Liebe weg ist, die kann man ja nicht künstlich, nur weil man jemandem, was schuldig ist, kann man die ja nicht künstlich am Lodern halten, das geht ja nicht. Nee, auch das, also auch das Körperliche, das geht auch gar nicht. Also von meiner Seite aus geht das auch gar nicht. Also ihr habt gar keinen Sex mehr? Nee. Seit wann nicht mehr? Seit knapp vier, fünf Wochen. Na gut, das ist noch nicht so ganz lange. Nee, ah ja, für ihn schon. Für ihn schon. Also für ihn ist das mit. Aber da ist bei dir aber auch wirklich alles irgendwie kaputt gegangen, ne, in den letzten Monaten. Ja. Wann hat sich das angefangen abzuzeichnen, weißt du das? Ähm, also mir ist es extrem aufgefallen, also ich bin operiert worden und als ich halt aus dem Krankenhaus wieder rauskam, hat sich das bei mir irgendwie so auskristallisiert, dass da irgendwie, dass ich da Schwierigkeiten habe. Aber das hat nichts mit der Krankheit zu tun oder dass er dich da nicht richtig nett besucht hat oder so. Nee. Damit hat das nichts zu tun. Nee, damit hat das gar nichts zu tun. Irgendwie sind ja da, ja manchmal gehen einem ja irgendwann die Augen auf und man weiß gar nicht warum. Ja. Und das ist dann so. Ja. Ja, was nutzt es da jetzt lange in der Vergangenheit darum zu wühlen, warum, wieso? Es ist, wie es ist. Und das musst du sagen. Und das wird sehr schlimm für ihn sein. Was ich allerdings sehr wichtig finde, ist, dass du schon versuchen solltest, ihm das alles detailliert zu begründen. Weil das will man immer wissen, wenn man verlassen wird. Und ein kleines bisschen, ein bisschen hilft einem das auch, wenn man verlassen wird. Letztendlich hilft es einem nicht, aber es ist immer besser, etwas zu wissen, warum. Um die Frage, warum, beantwortet zu haben, als wenn man gar nichts weiß. Ja. Nur wenn er es dann annimmt. Ja, er wird es nicht annehmen, aber du hast zumindest deine Pflicht getan und hast es gesagt. Ja. Dass du für dich sauber dastehst, das finde ich jetzt wichtig in der Situation. Dass du dich ordentlich verhältst. Dass du auch noch in ein paar Jahren sagst, okay, das habe ich damals ordentlich gemacht. Ich konnte nicht anders, aber ich habe mich fair ihm gegenüber verhalten. Es war zwar hart, aber es war richtig so. Ja. Das musst du jetzt machen, Miriam. Ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Achim. Achim ist 43. 42. Ja, genau so ist das. Hallo Achim, grüß dich. Einen schönen guten Abend. Ja. Um was geht es bei dir? Mein Problem heißt, wie sage ich es meinem Kind? Wie sage ich es meinem Kind? Mhm. Was? Um was geht es denn? Ich lebe Entscheidungen, beziehungsweise lasse mich von meiner Frau scheiden. Mhm. Wie lange wart ihr zu? Meine neue... Wie bitte? Wie lange wart ihr verheiratet? 17 Jahre. 17 Jahre. Wow. Mhm. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Wie alt sind die? 16 und 9. Mhm. Und meine neue liebesen Mann. Ach, die neue liebesen Mann. Ja. Du bist 42, habe ich gesagt. Richtig. Hast du das jetzt erst für dich entdeckt oder gibt es das schon länger, diese Gefühle oder heimlichen Gefühle? Heimlichen Gefühle mehr oder weniger schon. Aber gelebt hast du es früher nicht? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Wie kam das jetzt, dass du dich in einen Mann verliebt hast? Das ist einfach auf der Straße passiert. Wie? Auf der Straße? Einfach so? Einfach so, ja. Ach. Ohne, dass du vorher irgendwie Erfahrungen mit Männern hattest? Äh, Erfahrungen schon. Ganz, ganz. Früher mal so als Jugendlicher. Na ja, gut. Aber das ist dann im Sande verlaufen und dann habe ich halt eben eine Frau kennengelernt. Ja. Und bist der Frau auch treu gewesen in all den Jahren? Ja. Ja. Weder mit Mann noch mit Frau. Ja. Jetzt erzähl mir die Situation, wie du deinen Freund kennengelernt hast. Ach, einfach Pause auf Arbeit gewesen, bin in die Stadt gefahren. Ja. Dann sind wir über den Weg gelaufen, angeguckt. Ach. Ja, und dann? Angeguckt hast du gedacht, oh. Angesprochen, hat er mich angesprochen. Ja. Dann sind wir in der Kneipe gegangen, haben ein bisschen was getrunken. Am nächsten Tag haben wir uns wieder getrunken, na ja, und dann war es eigentlich schon fast zu spät. Aber das ist doch ungewöhnlich, auf der Straße einfach von einem Kerl angesprochen zu werden. Fandst du das nicht seltsam? Äh, jetzt, äh, im Nachhinein, ne, eigentlich nicht. Nee, im Nachhinein nicht, aber damals in der Situation. Ja, da war ich ein bisschen überrascht. Und hat er denn, war denn gleich klar, dass er, dass er, ist, ist er denn schwul und hat er längere Erfahrungen? Ja, er ist das, er ist das schon immer. Also er hat noch nie anders gelebt. Achso. Hat er dir das gleich erzählt? Nachdem ich da mitgekriegt hatte, dass wir in einer Schwulenkneipe sitzen, ja. Wie, der hat dich dann sofort beim allerersten Mal in eine Schwulenkneipe gezerrt? Das hat ihn ja nicht gezerrt, das war auf dem Weg. Ja, ich meinst jetzt gar nicht so bildlich. Nee, das ist schon klar. Zwischen, vom Bank zum Auto, da war die Kneipe. Da ist er aber, ist der Bursche aber rangegangen, ne? Richtig, ja. Das war dann gut. Wie lange läuft das jetzt schon? Gutes halbes Jahr seit Mai. Ja, aber dennoch, ich versuche mich gerade in deine Situation zu versetzen. Du bist verheiratet, seit 17 Jahren, du hast zwei Kinder, du hast eigentlich immer nur heterosexuell gelebt und dann macht dich mir nichts, dir nichts, ein Typ auf der Straße an und innerhalb von kürzester Zeit sitzt du in einer Schwulenbar. Kriegt man da nicht irgendwie innerlich auch Panik nach dem Motto, was passiert hier mit mir? Ja, das war eigentlich Herzklopfen hoch 10. Ja. Wenn man, als wenn man in deiner Geburt bei den eigenen Kindern dabei ist. Wann hast du denn gemerkt, ich bin, oder wann hast du es dir zugestanden, ich bin in den Typ verliebt? Na so zwei, drei Monate danach. Ist dadurch jetzt die, die Ehe? Die Ehe ist schon lange kaputt, meine Frau hat einen anderen gefunden und das läuft schon eine ganze Weile. Deine Frau weiß? Ich habe versucht das zu halten, aber es gibt nichts zu halten. Ja. Und da habe ich gesagt, ich ziehe den Schlussstrich aus. Ja. Du hast deine Frau... Dahin war auch nichts mit anderen Männern oder anderen Frauen, ich war die ganzen 17 Jahre treu. Ja, ja, das habe ich halt schon verstanden gerade. Wie hat denn deine Frau reagiert, als sie erfahren hat, dass du einen Typ hast? Das weiß aus meinem Umfeld keiner. Ach, die Frau weiß das auch nicht? Nee. Es weiß nur noch nicht. Das muss ich ja dann erst nach der Scheidung weniger sagen. Ach so. Warum? Warum? Warum bist du jetzt so zögerlich, das zu sagen? Erziehung, eigene Gedanken, meine Eltern sind sehr alt, da ist immer im Hinterkopf der Gedanke meines Vaters, diese Schweine hätte ich da alle vergasen müssen, in diesem Kontext bin ich aufgewachsen. Ja. Also... Sind die Eltern auch, du sagst, sie sind sehr alt, sind sie auch schon sehr kränklich oder krank? Nee, nee, nee. Das nicht? Das ist auch relativ gut beisammen. Das heißt, für die wird jetzt auch erst mal ein Weltbild und eine Welt zusammenarbeiten? Mehr ist das, mehr ist das. Also er liegt eine ganze Menge vor dir. Ja. Was ist dir das Wichtigste? Sind das die Kinder, denen das so... Meine Tochter. Die 16-Jährige. Nee, die ist neun. Ach, die ist neun. Die Tochter ist neun, ja. Das ist das, mehr oder weniger, was übergegeben ist aus der ganzen Geschichte. Äh, das 16-jährige Kind ist ein Junge? Das ist ein Junge, ja. Mit dem hast du nicht so... Mit dem hab ich durch diesen ganzen Scheidungskram überhaupt keinen Kontakt mehr. Ach. Ja gut, aber der Scheidungskram läuft ja noch nicht so lange. Wie war denn das vorher, der Kontakt mit dem... Äh, auch schon noch, während wir zusammen gelebt haben, also meine Frau und ich, wo er dann noch mit dem Haushalt war, in der Schule und alles, schon seit über einem Jahr keinen Kontakt mehr. Das ist dann mir vorbeigegangen. Und ich hab ihn dann auch ignoriert. Aber es gab ja auch Zeiten, wo ihr noch alle ganz normal zusammen gewohnt habt. Der Junge ist ja auch 16 Jahre alt. War das in der Anfangszeit auch schon schwierig mit dem Verhältnis du und der Sohn? Nee, nee. Das hat sich alles erst durch, durch, durch meine Frau mehr so entwickelt, die dann ihre eigenen Wege gegangen ist und dann mehr oder weniger gegen alles, was ich gesagt habe, gegengearbeitet hat, dieser normale Konflikt in der Ehe, wenn man sich nicht einig ist. Und der hat sich dann auf die Seite meiner Frau geschlagen. Ah ja. Und mit dem neunjährigen Mädchen hast du aber regelmäßig Kontakt? Äh, regelmäßig und sehr intensiven Kontakt. Sehr intensiven Kontakt. Ja, ich meine mit... Ich hätte eigentlich auch am liebsten, wenn dann die Scheidung durch ist, das Kind bei mir. Aber das ist halt eben alles sehr schwer. Ich meine, neun Jahre, so 19 Jahre ist ja schon ein gutes Alter, wo man schon klasse mit Kindern reden kann. Ja, aber wie sage ich am besten, dass das Kind das versteht, ohne dass ich da jetzt die Tür auch noch zuschlage? Ja. Also ich finde erstmal eine gute Voraussetzung ist ja, dass ihr ein gutes Verhältnis miteinander habt. Offensichtlich, ne? Ein sehr inniges Verhältnis. Ja, ja. Und das Mädchen hatte nun schon mitbekommen, dass das alles irgendwie kaputt ist zwischen dir und... Meine Frau ist knallaufall ausgezogen, nachdem sie wusste, Scheidung ist amtlich. Ja, also das ist dem Kind völlig klar, dass Mama und Papa sich jetzt nicht mehr lieb haben. Ja, das ist klar. Das habe ich ja auch so gesagt. So, und dann kann man auch nichts ändern will, auch wenn sie das gerne wieder behalten möchte, dass das nicht geht. So, und dann kann man, finde ich, seinem Kind, vor allen Dingen auch schon im Alter von neun oder zehn Jahren, kann man sagen, dass der Papa jemanden Neues gefunden hat, den er lieb hat. Aber das ist alles ein bisschen anders als bei anderen Leuten. Das ist jetzt keine neue Frau, keine neue Mama, sondern es ist ein neuer Mann, den der Papa lieb hat. Und auch Männer können sich sehr lieb haben. So kann man das dem Kind erklären. Und wenn du ihr das wirklich so intensiv und ausführlich erzählst, dass dieser Mann für dich jetzt ganz wichtig ist, dass er dein bester Freund ist und dass du ihn sehr lieb hast und mit ihm zusammenwohnen möchtest, bin ich sicher, dass du das jedem Kind erklären kannst. Ich bin ganz sicher. Es gibt genügend schwule Eltern, Väter oder lesbische Mütter, die genauso auch ihren Kindern das erklären und es funktioniert wunderbar. Wenn du das einfühlsame, und du bist ein einfühlsamer Typ, das merke ich schon, wie du gerade gesprochen hast, auch über deine Kinder oder dein Kind, wenn du ihr das richtig langsam und in aller Ruhe beschreibst und erklärst, ist das völlig unproblematisch, glaube ich. Das ist wahrscheinlich viel unproblematischer als beispielsweise, das deinen alten Eltern klarzumachen. Oder vielleicht... Das wäre dann das nächste Problem, was ich dann da hinten anschließt. Ja. Das, glaube ich, ist viel komplizierter. Das sind alte Leute, die ihr Weltbild haben und wenn du sagst, dass sie sogar so ein sehr, sehr krasses Weltbild hatten oder haben, das ist wirklich kompliziert. Und da musst du überlegen, wie du das machst und was du ihnen zumuten kannst noch. Deswegen fragte ich gerade, wie krank sind sie. Wenn sie sehr krank wären, würde ich sagen, mute es ihnen nicht mehr zu. Aber wenn sie nur relativ stabil sind, finde ich, dass man das auch noch alten Leuten zumuten sollte, weil... Über was reden wir über sie? Ich habe keine Lust, wenn ich, sagen wir mal, die Scheidung jetzt durch habe, dann versteckt zu leben. Nein. Das bringt nichts. Nein. Wenn du jetzt in deinem Alter dieses Coming-out hast, dann lebe es auch richtig und klar und offen. Mach bloß kein Versteckspiel. Na, das habe ich ja nur schon über 40 Jahre hinter mir. Letztendlich, ne? Ja. Aber in diesen 40 Jahren hast du so richtig bewusst, war dir das doch nicht, dass du eigentlich auch zu Männern tendierst? Nein, dich besser hätte ich geschoben. Ja, du hast es verdrängt, ne? Ja. Da war dann Frau und Kind. Ich sag mal, DDR-Zeiten war das immer noch ein bisschen anders. Was machst du nur vom Beruf? Bei der Eisenbahn. Hast du da Angst, wenn das durchsickert, dass du da irgendwie einen blöden Stand hast? Nee, da habe ich überhaupt keine Angst vor. Ah ja. Das ist auch schon mal gut. Das ist halt eben mein persönliches Umfeld. Ja. Das, was Familie war oder was so an Familie da ist, da habe ich am meisten Angst vor. So. Und wenn du das jetzt für richtig hältst, wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dann erkläre und rede in alle Ruhe mit deiner Tochter. Alleine? Ja. Mit wem sonst? Nee, ich meine jetzt, ob dann mein Freund mit dabei ist. Nee, ich würde, nein, 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 ich würde sie nicht überfordern, weil das ist ja dann doch erstmal ein fremder Mensch und so. Nee, sie kennt ihn schon. Ja, trotzdem würde ich ihr das allererste Mal das alleine erklären. Und dann soll sie auch entscheiden, dann kannst du sie ja fragen, wollen wir was zu dritt mal machen, dann lass sie kommen, sie soll es ausdrücken. Ich würde alleine mit ihr sprechen. Gut. Vielleicht schämt sie sich ja auch, selbst wenn sie ihn schon kennt und das, also ich finde es besser alleine, unter vier Augen. Du sagst, sie kennt ihn schon. Wie ist das denn so, wenn ihr zu dritt was macht? Wie ist die Atmosphäre? Eigentlich relativ gelassen, entspannt. Ja. Sie hat das so hingenommen als Arbeitskollegen. Ja. Der mir jetzt in meinem Alleinsein hilft, Wohnungen renovieren und was dann nach dem Ausdruck alles so ansteht und hat mich angefasst. Wir waren zusammen im Kino, wir waren zusammen baden. Ja, wunderbar. Mit dabei und gehört irgendwo als Freund mit dazu. So, das ist auch schon mal eine gute Sache, dass er nicht plötzlich als Wildfremder von irgendwoher gezaubert kommt, sondern sie kann ihn schon einschätzen. Hast du denn auch den Eindruck, dass er sie auch mag? Ja, ja. Ja. Also ich sehe da eigentlich keine Spannung. Ja. Für die Male, die da zusammen waren, lief das eigentlich relativ gut. Also, ich bin sicher, dass das gut laufen wird und dann musst du deine Eltern dann das Problem mit deinen Eltern angehen. Ja, da habe ich überhaupt kein Konzept. Ja. Da wirst du es dann irgendwann einfach aussprechen müssen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Da gibt es auch keine kluge Formulierungshilfe oder so. Dann musst du es einfach sagen. Lieber Achim, so, jetzt mach mal gute, kräftige Schritte ins neue Leben. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute und grüß mit deinem Freund herzlich. Danke. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr mich anrufen wollt. Angerufen hat auch Melanie und Melanie ist 28 Jahre alt. Hallo Melanie. Morgen Jürgen. Ja, Melanie. Und zwar mein Problem hat eine kleine Vorgeschichte und zwar habe ich vor anderthalb Jahren im Krankenhaus gelegen mit Unterleibskrebs. Ja. Jetzt, dadurch ist meine Ehe auch kaputt gegangen, weil ich durfte ein halbes Jahr nicht schwanger werden und hatte dann auch weiterhin keinen Geschlechtsverkehr. Zwischendurch dann zwar mal wohl, aber nicht so wie es sein sollte. Und meine Ehe ist jetzt im September kaputt gegangen. Da ist mein Mann noch ausgezogen. Wir waren zwölf Jahre zusammen. Zwölf Jahre? Ja, sechs Jahre davon verheiratet. Aus der Ehe stammt ein sechsjähriger Sohn. Ja. Und mein Problem ist, ich habe jetzt wieder Unterleibskrebs. Und zwar stehe ich jetzt vor der Entscheidung, ob ich mir die Gebärmutter rausnehmen lasse oder, ja, man kann diesen Krebs entfernen. Und zwar wird ein Stück vom Muttermund weggenommen, aber die Gefahr ist da, dass jederzeit wieder rauskommt. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Und ich hatte jetzt mit meinem Arzt gesprochen und mein Arzt, der weiß auch, dass ich Entscheidungen gebe und der sagte dann zu mir, also ich soll mir das gut überlegen, vielleicht, dass ich einen anderen Partner kennenlernen, der Kinder haben möchte. Und da habe ich ihm erklärt, ich habe Depressionen deswegen, ich werde nachts wach, ich fange an zu weinen, weil es ist zu viel gewesen jetzt. Also meine Ehe ist kaputt, die Krankheit und... Darf ich mal fragen, glaubst du wirklich, dass die Ehe kaputt gegangen ist, aufgrund dieser Erkrankung? Auch. Ich sage mal, mein Mann, der war drei Jahre in Haft. Und ich war ihm auch treu, immer zu ihm gehalten. Wir haben uns auch ein bisschen auseinandergelegt. Ja. Aber ich sage mal, also ich glaube, der Hauptgrund war eigentlich, also dass wir nichts mehr im Bett hatten. Also wie gesagt, er hatte ja eine neue Frau kennengelernt. Jetzt stehst du vor der Entscheidung, soll ich so eine Totaloperation an mir ausführen lassen? Genau. Oder soll ich, oder es wäre sonst ein kleiner chirurgischer Eingriff und oder eine Chemotherapie? Nee, keine Chemotherapie. Also es wäre ein etwas größerer Eingriff schon. Nur, wie gesagt, die Gefahr besteht, es kann in einem halben Jahr nochmal ausbrechen. Es kann auch 20 Jahre gut gehen. Wenn es ein kleiner Eingriff ist. Ja. Ja. Was spricht jetzt gegen den großen Eingriff? Eigentlich so gar nichts, aber ich sage mal, ich bin 28 Jahre alt, ich bin noch jung. Vielleicht lerne ich nochmal irgendwie, ich sage mal, ich habe gedacht, ich hätte meinen Traummann kennengelernt, aber war wohl doch nicht so. Und vielleicht lerne ich nochmal irgendwie meinen Traummann kennen und möchte doch nochmal Kinder haben, weil ich sage mal so, ich hatte vor meinem Sohn, hatte ich eine Fehlgeburt und da hatte ich schon dran zu knacken und ich meine, gut, mein Sohn ist 6, wenn der 18 ist, bin ich 40, dann kann ich mein Leben noch genießen. Nun ist das natürlich eine schwierige Situation und ich kann das, ich kann natürlich das hier keine medizinische Beratung machen. Aber ich würde mich, wenn ich jetzt mich so in deine Situation hineinversetze, aufgrund der Fakten, die du mir jetzt genannt hast, ich würde mich dafür den sicheren Weg entscheiden und das heißt für die größere Operation, für die große Operation, weil die wohl offensichtlich die höchste Wahrscheinlichkeit mit sich führt, dass du, dass du den Krebs los bist und ich glaube, das wäre für mich das Allerwichtigste und wenn du dann nochmal einen Mann kennenlernen sollst, der deine große Liebe ist, finde ich, sollte er es dann auch akzeptieren, dass du eben keine Kinder mehr kriegen kannst. Du kannst ja dennoch eine lustvolle und ausgiebige Sexualität leben, auch nach einer solchen Operation. Du kannst eben nur keine Kinder mehr kriegen, aber du lebst. Und die Gefahr, aber wie gesagt, das ist jetzt sehr schwierig für mich, das ist etwas Medizinisches, was man einfach sicher nicht so ganz einfach sagen kann, aber ich würde es so, wenn ich aufgrund der Fakten, die du genannt hast, in der Situation wäre, ich sage es nochmal so, dann würde ich mich dafür entscheiden. Ich sage ja, ich habe ja an meinen Arzt auch gesagt, wenn ich jetzt, weil er sagt, ich sollte mir dann nochmal zwei Wochen durch den Kopf gehen lassen und das habe ich dann auch gemacht und ich sagte zu ihm, wenn mich ein Mann kennenlernt und der möchte Kinder haben, also ich muss das Kind ja zur Welt bringen und wenn er mich liebt, dann liebt er mich auch, obwohl ich keine Kinder kriegen kann, so wie du das gerade sagst. Ja, und du willst leben, was nutzt es vielleicht, wenn du jetzt einen kleinen Eingriff machst und das ist vorübergehend in Ordnung und du bist jetzt 28 und in drei, vier Jahren bricht es wieder aus an anderer Stelle. Ja, weil ich habe auch an meinen Arzt gesagt, also weil er sagte, was der Hauptgrund wäre, dass ich mich dafür entscheide und da habe ich gesagt, also das Schlimmste ist für mich jetzt die Depression, mit der Angst zu leben, wann bricht das wieder aus, weil die letzte Zeit, ich konnte nicht mehr schlafen, gar nichts mehr, ich war aggressiv und ich sage mal, ich muss ja auch an mein Kind denken. Eben, das ist ja eben auch noch ein ganz wichtiges Argument, du hast ein Kind, dafür trägst du Verantwortung und du hast schon ein Kind und du willst das Kind ja auch noch hoffentlich sehr, sehr, sehr viele Jahre begleiten. Also ich habe dir jetzt meine Einschätzung gesagt und meine Meinung, nun ist es aber wirklich so ein sensibles Gebiet, ich möchte, dass du auch noch mit meiner Psychologin sprichst. Du hast einfach noch eine andere Meinung und auch eine fachkundige Meinung. Und vielleicht kann die Heide, meine Psychologin heute Nacht, dir auch noch ein paar Tipps geben, wie du mit der Depression umgehst, die dich da doch sehr, sehr belastet. Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ich habe nur eine Frage, darf ich noch ein Autogramm haben? Ja, na klar. Du sagst der Heide bitte deine Adresse und dann schicken wir dir eins. Okay, danke. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt, ich bin anders. Ich möchte mit Menschen sprechen, die sagen, ich gehöre nicht zur Norm, ich bin nicht so, wie alle anderen sind, wie die Masse ist. Ich lebe gut damit oder ich lebe schlecht damit. Es belastet mich, ich werde ausgestoßen oder ihr sagt, ich mache das freiwillig. Ich habe gar keinen Bock, so zu sein, wie die Masse eben so ist. Ich bin anders, unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und wenn ihr euch anmelden wollt, dann macht das mal schon unter domian.at.wdr.de. Petra, 26 Jahre alt. Hallo Peter. Hallo Domian. Jetzt habe ich schon eine Frau aus dir gemacht. Wie bitte? Jetzt habe ich schon gerade eine Frau aus dir gemacht, aber so wollen wir es nicht tun. Nee, das ist es auch nicht. Also, dein Thema. Ja, ich habe einen Mutterkomplex. Und zwar sieht das gefolgt aus, dass ich keine andere Frau richtig näher kennenlernen kann, weil ich sie ständig mit meiner Mutter vergleiche und sobald da irgendwelche Abweichungen entstehen, nehme ich sofort Abstand. Hast du denn schon mal, du bist ja immerhin schon auch 26 Jahre alt, hast du eine längere Beziehung schon mal gehabt? Nein, gar nicht. Hast du überhaupt schon mal näheren Kontakt zu einer Frau gehabt? Ja, also es ist nicht so, dass ich überhaupt keine Beziehungen zu Frauen habe. Also ich habe schon des öfteren Kontakt zu Frauen. Nur, ja, wenn es dann weitergeht, spätestens dann, wenn es halt ernster wird, dann mache ich halt ein Rückzieher und sage, das geht halt nicht. Was heißt ernster? Heißt ernster werden, wenn es zu einer sexuellen Situation kommt? Ja, richtig. Das heißt, du hast auch noch nie mit einer Frau geschlafen? Nein. Nee. Welche, wie nah bist du denn schon mal an eine Frau herangekommen? Gab es, hast du schon mal eine Frau geküsst oder Zärtlichkeiten ausgetauscht? Ja, geküsst habe ich schon mal eine Frau und es ist auch schon mal so weit gekommen, dass ich mit einer Frau zusammen nach Hause gegangen bin. Ja. Aber auch erst nachdem wir uns schon längere Zeit kannten. Ja. Aber da habe ich mich dann auch zu gezwungen, dass ich dann gesagt habe, du musst da einfach drüber hinwegsehen. Aber da ist nichts gelaufen? Ja, ich konnte halt einfach nicht. In deiner, ich gehe davon aus, dass du schon so für dich, wenn du alleine bist, sexuelle Sehnsüchte hast. Ja, klar. Und Fantasien hast. Ja, habe ich. Sind in den Fantasien, sind das Frauen? Ja, also eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, ist es eigentlich mehr meine Mutter, die in meinen Fantasien mitspielt. Du stellst dir in deiner sexuellen Fantasie deine Mutter vor? Ja. Das ist aber heftig, du. Es sind nie Männer, die du dir vorstellst. Wie bitte? Es sind keine Männer, die du dir vorstellst. In meinen sexuellen Fantasien? Nein. Das nicht? Nee, das, also es ist auch nicht, es ist auch nicht so, dass es jetzt meine, also das ist jetzt meine Mutter als gesamtes Bild ist, sondern dass halt Züge dieser Frau meine Mutter widerspiegeln. Verstehe, verstehe, verstehe. Du stellst dir nicht deine reale Mutter vor, dass du mit ihr schläfst, da so ist es nicht. Nein, 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 nein. Das stelle ich mir nicht vor. Ich stelle mir halt vor, also es ist eine Frau, die jetzt nicht meine Mutter ist, aber zum Beispiel den Mutterfleck, den meine Mutter hat, den hat die dann auch. So was. Lebst du noch bei deiner Mutter? Nein. Bist du Einzelkind? Auch nicht. Wie ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Das ist sehr intensiv. Wir verstehen uns sehr gut und ich habe auch schon mit meiner Mutter darüber gesprochen. Was sagt sie dazu? Ja, sie sagt halt, ich meine, sie ist natürlich auch in einer Hinsicht stolz darauf, dass ihr Sohn sie so begehrt, in einer anderen Hinsicht sagt sie, dass ich mich auch von ihr lösen muss. Ist es noch für sie eigentlich, eigentlich müsste es für sie doch erschreckend sein, dass ihr Sohn sie auf diese Art und Weise begehrt. Nichts gegen ein enges Verhältnis zwischen Mutter und Sohn, aber das ist ja doch in einem Maße, was sehr ungewöhnlich ist, um es mal leicht auszudrücken. Ja, aber ich habe, dass ich auch teilweise in sexueller Hinsicht an sie denke, das habe ich ihr natürlich nicht erzählt. Findet sie das denn auch befremdlich, dass du noch keine Freundin hattest oder keine Frau mehr nach Hause bringst? Ja. Oder gefällt dir das irgendwie auch? Nein, ich glaube nicht, dass sie das richtig mitbekommt, weil sie sieht ja schon, dass ich Kontakt zu vielen oder zu einigen Frauen habe. Na gut, aber sie fragt dich doch sicher, hast du eine Freundin? Und dann sagst du, nein, ich habe keine Freundin. Ja, richtig. Und so geht das schon seit Jahren. Hast du das Gefühl, dass ihr das sogar irgendwie ein bisschen recht ist, weil sie dich dann nicht mit einer Frau teilen muss? Ja, das glaube ich. Also ist das eine sehr dominante Mutter? Das ist richtig. Die sehr bestimmend letztendlich auch ist. Eine sehr starke Frau. Naja, also das weiß ich nicht. Also sie lässt mich ja, eigentlich gehe ich ja gänzlich meinen eigenen Weg. Aber sie ist dennoch immer bei dir? Ja. Ja, wenn man das so ausdrücken möchte, dann ist sie quasi natürlich, aber das finde ich auch wichtig, der familiäre Kontakt ist ja auch sehr wichtig. Finde ich auch, aber natürlich hat sowas alles seine Grenzen. Man muss ja immer irgendwann sich abnabeln und ein eigenständiges Leben führen. Das heißt, man sollte natürlich immer einen Respekt und eine enge Verbindung zu den Eltern haben. Gar keine Frage. Aber so wie du das geschildert hast, finde ich das sehr bedenklich schon. Und du wahrscheinlich wohl auch, sonst hättest du dich ja gar nicht hier bei mir gemeldet. Richtig. Und das Problem ist ja jetzt, ich meine, ich habe das ja jetzt auch alles schon erkannt. Und ich gehe ja auch auf andere Frauen zu und lerne die auch kennen. Und ich habe auch kein Problem damit. Also ich schätze mich auch nicht als Person ein, der schlecht bei Frauen ankommt. Also ich kann mich auch, wenn ich abends weggehe, gut mit Frauen unterhalten. Aber es sind immer die gleichen Rituale und es läuft immer das Gleiche ab. Du vergleichst dann mit deiner Mutter und es ist so, wie du es mir gerade am Anfang beschrieben hast. Richtig, dass ich dann im Endeffekt sage, ja, also das und das, das passt mir nicht. Und deswegen sage ich dann oder nehme ich dann Abstand. Und wenn ich danach drüber nachdenke, dann passt mir das aus dem Grund nicht, weil es halt, ja, weil ich dann wiederum den Rückschluss darauf ziehen muss, dass ich sagen muss, ja, meine Mutter hat in diesem Punkt halt bessere. Wenn du jetzt eine Frau treffen würdest, die deiner Mutter sehr ähnelt, also wirklich sehr ähnelt, würde es dann funktionieren? Ich habe mal vor zwei Jahren eine Frau kennengelernt, die meiner Mutter sehr, sehr geähnelt hat. Und da war ich auch sehr stark verliebt. Und ich bin der Ansicht, dass ich zu dieser Frau mehr hätte aufbauen können. Aber die war von meiner Art, wie ich hinter ihr her war, wenn man das so ausdrücken möchte, also wie ich an ihr geklebt habe, sowas von in die Ecke gedrängt, dass sie mich dann irgendwann abgewiesen hat. So wie du vielleicht auch an deiner Mutter klebst. Also ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist, weil ich habe mich ja schon, ich wohne in einer anderen Stadt und ich gehe einem ganz normalen Beruf nach und es ist ja nicht so, dass ich nur zu Hause sitze und an meiner Mutter klebe. Nee, aber im Kopf, also mental, nicht real. Das habe ich schon gut verstanden, dass du dein eigenes Leben führst. Ja, das kann sein. Ich finde, Peter, so wie du das jetzt beschrieben hast, ist das definitiv und hundertprozentig und ohne jede weitere Frage ein Fall für eine psychologisch oder psychologisch-psychiatrische Behandlung. Ich finde, dass du auf jeden Fall einen Psychologen aufsuchen solltest und dich auch in eine Therapie begeben solltest. Das habe ich auch schon gemacht, vor einem Jahr. Und der hat im Endeffekt zu mir gesagt, dass das kein großes Problem sei. Aber offensichtlich ist es für dich. Ich müsste einfach nur einmal über meinen Schatten hinweg springen und mal mit einer Frau, auch wenn ich sie nicht von Herzen lieben sollte, was anfangen und dann würde ich erkennen, dass auch andere Frauen ihre Qualitäten hätten und dieser Punkt würde mich dann schon weiterbringen. War vielleicht ein gut gemeinter Rat, aber funktioniert nicht so. Ja, ich habe es ja versucht, aber im Endeffekt muss ja da auch der... Ich sage dir mal, ich bin kein Psychologe, aber mein Laienverstand sagt mir schon, nach dem, was du beschrieben hast, dass das mit ein paar Mal hingehen und ein paar guten Ratschlägen nicht getan ist. Ich glaube, da muss man sich richtig mit dir beschäftigen und du musst richtig mit einem Fachmann daran arbeiten. Und das geht nur mit einem Therapeuten oder mit einem Arzt. Und das würde ich dir wirklich dringend raten, weil ich glaube, dass du das alleine nicht schaffst. Du hast ja schon viele Anläufe auch selbst unternommen und du bist ja reflektiert, dir ist das Problem bewusst. Also alles gute Voraussetzungen, um etwas zu verändern. Aber mit Hilfe eines fachkundigen Menschen eben. Ich biete dir gerne an, dass du mit meiner Psychologe noch ein paar Worte sprichst, die dir vielleicht den einen oder anderen Rat noch geben kann, wo und wie du suchen solltest nach einem Psychologen oder Psychiater. Kennt die denn dann auch Adressen, die sich dann speziell mit diesem Problem... Also haben das denn auch andere Menschen, dieses Problem, oder bin ich da einsam? Nein, nein, ich glaube, dass das nicht so ein ganz wenig verbreitetes Problem ist. Ich glaube, dass es schon viele Menschen vielleicht in etwas anderer Ausrichtung, aber in ähnlicher Weise betrifft, wie es dich betrifft. Ja, nee, weil ich hatte nämlich gerade so gemerkt, dass du, als ich dir das Problem so geschildert hatte und dann auch mit dieser sexuellen Ansicht, dass du sagtest, dass das ganz schlimm ist, hatte ich so den Eindruck, dass das gar nicht so bekannt ist, dieses Problem, dass du auch so ein bisschen schockiert warst von dem, was ich dir erzählt habe. Ja, wobei ich im ersten Moment auch glaubte, dass du dir real deine Mutter beim Sex vorstellst. Aber das war ja ein Missverständnis zwischen uns beiden. So hast du es ja hinterher dann berichtigt. Ach so. Ja. Also von daher war das dann doch nicht so schlimm, wie ich den Eindruck hatte. Ja, genau. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich nochmal an. Einverstanden? Alles klar. Alles Gute. Jo, vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Inge, 70, und jetzt bei mir. Hallo Inge. Hallo. Hallo Inge. Guten Morgen. Glaubst du, was der Mann gerade alle erzählt hat? Ja. Du nicht? Nein. Warum nicht? Nein, das sind so Widersprüche. Aber nun zu meinem Thema, die Zeit läuft uns sonst weg. Ja, die läuft uns sonst weg. Bitte? Ja, die läuft uns sonst weg. Ja, die ist schon ziemlich weit. Du willst ja gehört haben, um was es sich dreht. Ich weiß es noch nicht, nein. Um Drogen. Um Drogen. Und zwar... In die Farbe. Und zwar ist mein Sohn über 25 Jahre drogenabhängig gewesen. Und dies gibt es am 13. Tod in der Wohnung aufgefunden. Und den genauen Todestag können Sie überhaupt nicht feststellen, trotz Obduktion, weil er zwischen dem 5. und 13. liegt. Und er hat eine Drogenkarriere hinterher. Das wäre eine ganze Sendung, glaubst du, was ich erzählen könnte. Ist er jetzt an einer Überdosis drogen gestorben? Nein, nicht an einer Überdosis. Sondern? Das hatten wir erst vermutet, aber es ist wohl ein bisschen reiner gewesen. Er wollte sich nicht ins Leben nehmen, aber er war schon so krank, weil er ja, wie gesagt, über 25 Jahre drogenabhängig war. Und alles ist mal mit Haschisch angefangen, was ja immer nur als zahmlos gilt. Ja. Das macht aber solche psychischen Veränderungen, als wenn du betrunken bist und aggressiv. Weiß man denn letztendlich, an was er gestorben ist? Ja, der hat gespritzt, aber Sie wissen auch noch nicht, ob es Kokain oder Heroin war. Und daran ist er dann auch gestorben? Ja. Und dann hat er dann so lange in der Wohnung totgelegen. Wer hat ihn gefunden? Tja, auf Drängen, weil er sich nicht meldete, habe ich dann, der Vermieter rief mich auch an, ob ich wüsste, wo er wäre. Und er wollte am 31. Oktober, war ein Sonntag, wollte er zum Essen kommen. Er kam auch fast jeden Tag fast, aber immer abends, weil die großen Dealer die Kleinen losschicken den ganzen Tag, damit sie für sich den Stoff bekommen. Wie alt ist dein Sohn geworden? 43 Jahre. Das heißt, er hat auch die ganze letzte Zeit gar nicht gearbeitet. Bitte? Er hat auch nicht gearbeitet. Nein, konnte er ja gar nicht. Wie hat er das finanziert, die Drogen? Ja, ich sag dir doch, durch Drogenverkauf, die großen Dealer, die unterdrücken, die bis sie... Achso, er war Kleindealer, habe ich nicht so verstanden. Ja, die Kleinen schnappen sie und gehen in den Knast und die Großen, die laufen frei rum. Sie waren... Also ich könnte dir Sachen erzählen, also ich bin jahrelang in die Elternkreise gegangen und da sind keine Asozialen, wo die Kinder Drogen nehmen und wir werden geächtet und von Leuten, die da nichts mit zu tun haben und wenn du wüsstest, was für Leute das sind... Wie alt war denn Sohn, als er damit angefangen hat? Ja, also ich kann es nicht genau sagen, vielleicht schon mit 15 oder 16 an Schulen... Das heißt, so lange bist du mit dem Thema auch beschäftigt? Und ich könnte ein dickes Buch schreiben. Ja, jetzt als er gestorben ist, wie hast du das empfunden? Wie hast du das aufgenommen, als du es erfahren hast? Du kannst dir ja denken, wie eine Mutter fühlt, das ist ein Teil von dir. Ich habe über 25 Jahre in Angst und Schrecken gelebt. Und die ganzen Jahre immer mal... Es war die Hölle. Weil er auch von dem ganzen, vom Elternkreis der aggressivste war. Gab es zwischendurch in diesen Jahren auch mal eine Wut, dass du gedacht hast, verdammt nochmal, der strengt sich ja auch nicht genug an, um davon wegzukommen? Ach, da gibt es so viel. Also das könnten wir jetzt gar nicht alle besprechen. Das Thema ist auch nur noch vor elf Monaten ist er sein Vater gestorben, der beide Beine abhatten, durch Zucker, das wäre auch noch wieder ein Problem, ein Thema. Und er konnte das Leid nicht sehen, hat seinen Vater nicht besucht, obwohl die keinen Streit hatten. Ach so. Und mein Mann haben sie erst ein Bein abgenommen, da wollte er noch in den OP laufen, das verhindern. Und dann wurde das Stückchenweise das andere immer stückchenweise, von C bis immer höher und dann beide bis Oberschenkel amputiert. Das heißt du, mit deinen 70 Jahren, was ja auch schon ein gutes Alter ist, hast da sehr viel mitgemacht? Über zwei Jahre jeden Tag mein Mann im Krankenhaus. Und jetzt das auch noch mit dem Sohn? Und jetzt mit dem Sohn. Und wenn ich dann diese Lappalien, was andere da erzählen, da könnte ich dem mit dir eine ganze Sendung machen, was ich ausgehalten habe. Und dann muss ich dazu sagen, ich hatte nach der Geburt eine Woche mit Psychose und leide seitdem an Schlafstörungen. Deshalb höre ich auch jede Nacht dummhören oder Radio. Und wenn ich dann manchmal diese Lappalien da höre, was ich für ein Leben hinter mir habe, ganz ehrlich, ich will nicht damit mich rühmen. Hast du noch ein Kind? Nein, ich habe nur den einen und habe keinen Mann und kein Kind mehr. Ich bin so stark, das war die Trauerfeier. Die sind ja fast alle meine Twegen gekommen. Und dann habe ich doch noch von, hat er erzählt, ich habe einen Sportmann-Neh gehabt mit Telefonnummern. Da habe ich doch noch zwei herausgefunden, die seine Twegen dann gekommen sind, die ich auch nicht kannte. Gibt es denn, hast du denn im nahen Verwandtenkreis noch ein paar Menschen, die dir sehr... Nein, nur ein Freundeskreis. Meine Schwestern, beide wohnen in der gleichen Stadt, haben doch nicht mal kondoliert und verachten einen, weil die Kinder Drogen nehmen. Die eine hat vier Kinder, die andere einen. Haben doch nicht mal, also aus solch einer Familie kann nur so ein Kind kommen und so weiter. Wohin nimmst du die Kraft? Wie schaffst du das alles? Weil ich einen guten Freundeskreis aus der Gruppe habe, vom Elternkreis. Und wir sind seit über 25 Jahren befreundet. Wir können uns nachts anrufen, wir hören auch nachtsgespräche. Und von der einen guten Freundin, der Mann ist Pastor, die haben aber auch erst vor acht Jahren geheiratet, aber der war sofort da. Ja, ich kann dir ja mal sagen, wie ich da in dem Flur stand und die Polizeibeamten da auf und geschlossen haben, das könnte sehr ins Detail, aber ich sage jetzt in Umrissen, die Wohnung aufschlossen. Und dann gingen die rein und sagte der eine Beamte, hallo, hier ist die Polizei. Da wusste ich ja, dass er drin war. Und dann kommen sie raus, er ist tot. Ich dachte, ich fall da um. Aber ich bin noch stark gewesen, hab da gestanden, die wollten mir einen Stuhl holen, wollten einen Krankenwagen holen, die wollten mich betreuen. Musstest du denn reingehen und die noch in den Kursen? Nein, 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 da durfte keiner. Da wurde ja erst mal der Arzt gerufen und dann der Spurensicherungsdienst und als der Arzt dann rauskam und die angerufen hat und die gesagt hat, das würde Stunden dauern. Da habe ich gesagt, Stunden kann ich hier nicht stehen. Weißt du, ich muss dir recht geben in etwas, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch manchmal, dass hier Zuschauer sind bei mir und Zuhörer, die ganz, ganz, ganz schlimme Dinge erleiden müssen. Ich habe das ja auch schon bei dir so oft gehört. Aber wenn ich dann immer nur diese sechs Probleme höre, ich weiße, dann denke ich immer, was hast du in diesen Jahren mitgebracht? Und wenn ich dann diese Sachen höre, ob sie mit zwei Frauen oder dann noch, weißt du was, dann denke ich mir immer, ich höre gerne deine Sendung. Ich habe auch viel da gelernt und was da auch andere Menschen für Probleme haben. Aber diese Lappalien, weil die würde ich gar nicht mehr anhören. Dann schalte ich ab, ehrlich. Du kennst ja meine Sendung und du hörst im Hintergrund schon die Musik. Ja, warum haben wir jetzt keine Zeit, wo ich so viel zu erzählen hätte? Ich freue mich trotzdem, dass du durchgekommen bist. Mach doch mal eine Sendung nur über Drogen. Ja, das können wir machen. Besser als über sechs, also was sich da abspielt, weil die Leute sich schämen. Ich sage dir von meiner Seite aus nochmal, dass ich viel Respekt vor deiner Kraft und deinem Mut habe. Und deinem Durchhaltevermögen. Das heißt wirklich was. Möchtest du auch nochmal zurückerufen werden von uns gleich, von meiner Psychologin? Ja, das wäre sehr nett. Okay, Inge, dann machen wir. Ich wünsche dir alles Gute und ich verehre dich. Ich dir von Herzen auch alles Gute. Auf Wiederhören, Inge. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, das war es für heute Nacht. In der Technik war Uwe Petersen. Und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder erst mal ansehen. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Das Rauchen wird von heute an erneut teurer. Die zweite Stufe der Tabaksteuererhöhung tritt in die Zeit.